Guten Tag, Sie haben eine Strativari-Geige zu verkaufen. Aha, interessant. Wo haben Sie die denn her? Die haben Sie auf dem Dachboden gefunden. Es ist so, dass Strativari-Geigen relativ selten sind. Und wenn es dann wirklich Originale sind, dann können die richtig wertvoll sein. Aber normalerweise sind diese Strativari-Geigen Nachbauten, irgendwo aus einer Manufaktur aus Ostdeutschland. Und deshalb vielleicht zwischen 50 und 250 Euro wert, je nach Zustand. Super. Können Sie gerne Ihre Zeit vorbeikommen. Und dann schaue ich mir das gerne mal an. Ganz unverbindlich. Und dann schätze ich das für Sie ein. Und wenn es natürlich ein Top-Objekt ist, nehmen wir es gerne in die Auktion. Vielen Dank. Schönen Tag Ihnen. Tschüss.